Wir sind mal wieder in Ghost of Tsushima. Mit Ishikawa auf dem Weg, erreiche die Straße nach Süden. Ja, aha. Besiege die Mongole. Ach, das sind Mongole. Wir sind auf der Straße des Siegers. Kann ich die rausfahren oder nicht? Das will ich wissen jetzt. Hallo, was war denn das? Oh, ein Hammer. Wow. Achtung, die haben wieder Bogen Schüsse. Schütze. Oh, warte. Lauf! Nichts, hier wird abgerechnet. Hier wird abgerechnet. Wo ist denn der jetzt? Der Dojo. So, wir müssen... Ich sag. Oh, vorbeigelaufen. Ach so, das ist unsan. Ah, du Arschloch, da zieht er mal... Mal was anderes auch, dass man dich auch erkennt. Ja, wie ist das? Da ist er. Oh, das ist gar kein Bogen Schütze. Scheiße. Du Arschloch. Du Arschloch! Ach du Blödes... Wenn er das denn er macht, dann sieh mir das, ne? Ach du Scheiße. besiege die mongolen haben jetzt die herausforderung abgeschlossen okay es geht noch einmal los und vorne da war irgendeiner der hat kein boke dabei moment moment kommt scheiß wurscht weg 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 das sind noch mehr lust der zeit durch alle zeit der will achtung achtung voll weg alles gesunden konnte den glück scheiße so pass auf jetzt haben wir noch irgendwo haben wir noch nicht denn mit der rüstung da musst du auch noch irgendwo in der gegend rumlungern beziehungsweise er stoff darunter zu springen hat haben und all das sack richte alle knochen nix ready ready go genau team das war fertig ich habe eine botschaft sprich das ganze hirschi halbert wird um gnade winzeln wie die opfer von hirunori nagawa windkampfhaltung wind haben wir jetzt wie der wind so geschwindet oder ich glaube wind viele nicht gegen banditen das ist jahrzehnte her er galt als großer bogenschütze hat er bei euch gelernt nein tomoe verbreitet lügen ein könschen wahrheit liegt darin sie will zweifel zwischen uns sehen nur wir stehen zwischen dem hirschi halbert und einem blutbad dann stehen wir zusammen wir planen den schutz der stadt in meinem dojo trefft mich dort und seid kampfbereit ach du scheiße es geht ja schon wieder in sein dojo ja da braucht viel ruhe es geht um wie mir wo kommst du jetzt her die vergangenheit vergeben langsam fühlt sich unseren technik und talisman der präzision aha was ist denn das jetzt niedere verteidigungs talisman mittlere erhöhung des pfeilschadens so genau so sieht es dann schon ein bisschen da können wir noch nix erneu machen sieht es dann doch schon ein bisschen präziser aus zweimal seite für details aufzeichnung aufzeichnung aktualisiert moment wir brauchen pfeil wo sind die jetzt alle sind die hier jetzt achten 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 aha jetzt müssen wir wieder ins dojo vom ichi geht es dann mal irgendwas noch zum entdecken ein ort oder was was ist denn das da eigentlich fort nakayama war man schon momentan sitzen sagen müssen wir außerhalb gehen aber das ist dann eigentlich zu weit der wald der verborgenen 11 verborgenen drei brauchen will ich nicht ich will das nicht sind wir nicht stark genug hat ist doch das geht noch mal zwischendrin habe ich eigentlich noch was aktive ich habe drei was ist ein blutballer wollen fest in massaco eine auto der neuen geschichte ach du scheiße schließlich der gebrochene schmied im ummauerten azzamu bucht wo ist denn die ins süd azzamu die söldner der strohutronin sind vielleicht etwas rau aber ihre schwedder könnten dabei helfen fürst schmura zu retten sondern erfahrung bringen ob sie gerade auf der suche nach arbeit sind im kischi grasland gesehen wurden sie gesehen wie sie jagd auf mongolen machen ironien ja das das sind sie das könnte ich eigentlich machen wo ist das kischi grasland wo ist das kischi grasland ich habe schon wieder ein knote in dem kabel ich kenne das aufer ach so kischi grasland aber auch nur ohne zu wissen wo das ist oder kutag grasland gibt's kischi wo das könnte schon ein bisschen weiter sein kaschiner wald ich sehe da jetzt gar nichts von einem kischi grasland in gris aber groß ja es ist immer zu weit auch du scheiße mit überall müssen wir das alles noch erledigen tageshi heim jungwollfalle kukais fälle also der wasserfälle in waschrhein kuschis krashalm ruhig dass wir umfangreich waren doch kischi grasland flusskind marschen kischi ach du scheiße wie weit ist denn das wie kommen wir hier am schnellsten was ist denn das da ist näher ne das schaue ich mal auf der karte dann ist er dieser unentdeckte ort auf dem weg warte wo das machen wir erst ein zu hause wo ist denn das der himmelsschlag ist ja auch noch weil das war für dich ein bisschen viel alter wo geht es aber und oder kulten der tempel ich weiß ich war mir denn unentdeckte ort jetzt ach du verdienst das allerbeste genau was 1,1 kilometer so weit sind wir noch nicht weg wirklich nicht da kann allerhand passieren auf dem aber wir brauchen einen brücke kopf ach sind es nur noch okay wir sind auf dem richtigen weg das schaffen wir in drei minuten sind wir da mit diesem pferd mit diesem außer mehr finne noch was im wald irgendwas auch das sind ja schon wieder mongole was ist das ein bär gell warte momentan pfeile dabei achtung schnell wird gespeichert so dann haben wir das reichen schuss auch halt sorry ich wollte drei verbesserungen gleich verfügbar was kunai voll also wenn du noch so fünf unterbrechungen sind dann komme ich dahin dann komme ich da nicht das weiß ich ach da ist die brücke die sagenumwohmende brücke die rettungsbrücke die brücke der verdammten aha langsam langsam blume geht es weiter okay sie steht wieder durch der wahl da ist das größer brücke kommt was ist das für ein ort moment ich muss gucken da waren wir schon haben wir erledigt wir schaffen wir noch bis zu dem u entdeckter dann guck nicht rechts und nicht links so hinaus höher messenkleider es wird gespeichert dann kannst du nicht mehr lange dauern was ist denn das hier im friedhof golden vogel in den nächsten gut dann lassen wir mal den friedhof links liegen könnte könnte fatal sich aus wie aha blumen kommen nehmen wir nehmen wir pfeile nehmen wir auch mit komm da brauchst du nicht mehr okay okay oh es geht hinauf den berg nach oben ich schaffte das ich schaffe das eigentlich wollte ich mit dem pferd da drüber kannst du dir auch noch ja okay halt halt was war das ach so glühwürmchen messin kleider vorräter ja im pferde noch mal bin ich klar einer bündel der genie du bist gold gipfelschrein moment moment da steht jemand fegt die blätter weg das ist aber ziemlich fragwürdige vorsicht mein herr gefährlich was meinst du da hallo christlich gefährlich für ein samurai aber nicht für eine priesterin was tut ihr hier meine pflicht ich kümmere mich um die schreine nach dem krieg werden die leute diese tori tore als wegweiser brauchen damit sie die schinte schreine finden und die kami um schutz bitten können wir brauchen ihren schutz jetzt ja doch die pfade sind zu heimtückisch ich wollte den schrein in der nähe besuchen und bin fast zu tode gestürzt vielleicht erreiche ich ihn ich habe als junge jeden baum und fels um ein dorf herum erklommen wenn ihr es bis dorthin schafft betet für unsere insel und nehmt euch ein oma mori talismann mit tragt ihn bei euch er wird euer schicksal verändern und vielleicht das schicksal unserer heimat danke folgt den tori toren sie führen euch zu den schreinen überall auf der insel und zu den dortigen oma mori talismanen wo sind die dinge da das finden diese müssen ja noch über moment stehe ich muss das scheinbar muss ich doch also wir also gehen wir haben vielleicht mit dem pferd hochgekommen irgendwo aha sich da haben wir schon jetzt verstehe ich das ist das müssen wir darüber was ist deswegen heimtückisch das ist deswegen haben wir heimtückisch gesagt Liguster? Oh, wir haben das erste Ligusterholz. Sauber? Aha. Und jetzt? Ich würde sagen, angekommen. Sieht nicht so aus, wenn ich hier weitergehe. Ah, das ist aber kein Baum. Der Volk dem goldenen Vogel. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das richtig ist, aber... Oh, Vorräter. Immerhin hieß hier eine Brücke mit Blumen. Das ist die Brücke. Genau, wir sind jetzt also praktisch so durch Stock über Stock und durch da hin. Das schaffen wir. Oder? Ich weiß es, ne? Jenny. Oh, oh, oh. Nicht zur Sache machen, Freunde. Fantastisch. Die Rauchzäulen sind aber immer, hä? Die Rauchzäulen. Ewig wären sie. Bambus. Oha, oha, oha. und ist da irgendwo ab geht's auto auto ist aber auch da komme ich nicht mit so wie kann das sein oder doch also weiter blume der kulte vogel werden von vorreden belohnt und kerzen brennen für uns du bist du vergessen wo wo atemberaubend und die flotte der mongolen liegt vor der küste zu schimas konnte ich warum kommt okay das sieht jetzt ein bisschen gefährlicher aus wenn du jetzt abstürzt wo fangst du wieder an wieder von vorne oder blumen da ist der goldene vogel da ist hatte schreien der schreien den schreien ehren sauer freunde sauber talisman von amarat amaterasu talisman des sonnenkarmes aha trüge mal ein simulare gut das lassen wir mal drin das bringt was gegner zu töten stellt eine mittlere menge gesundheit her bei 50 prozent oder weniger 100 wird er liebende schade um einen mittleren wert verringern warum nicht so ich habe da noch einen platz jetzt haben wir wieder alles jetzt haben wir alle vier belegt jetzt könnte ich aber noch zwei freischalten ja aber die sind halt noch gesperrt so freunde einmal liguster holz erhalten und 400.000 erfahrung finde ich klasse geht es dann wieder runter schreien verlassen okay das war jetzt der unentdeckte ort so freunde ich würde sagen ich mache hier einen cut mit diesem wunderschönen panorama verabschiede ich mich von ich und chin oder chin takai und ich von zu schimmer macht es gut bis dann